Aber wir können jetzt erstmal uns das Zimmerduell anschauen von Müsian und Tussar. Sehr interessant. Und danach schauen wir uns, so bereiten sich die Hertha-Profis auf dem BVB vor, das neue Trainingsvideo an. Also erstmal rein ins Zimmerduell, blaue Haare, Fragezeichen, das machst du, Bruder. Also erstmal gehen wir rein hier in das Zimmerduell. Müsian Maoli da, das Mentalitätsmonster mit dem Trikot, noch mit Berliner Bär drauf. Er sieht einfach aus wie ein Polizist mit diesem Trikot und dem Berliner Bär, Berliner Polizei, bei Isda und Tussar, der ersatzweise Kapitän am Start. Like ist auf jeden Fall vorher da. Bin gespannt auf das Zimmerduell und vor allem gespannt, welche Sprache die sprechen. Ich bin gespannt. Hey, erster Fans. Das ist Müsian und Lukas. Willkommen zum Zimmerduell. Who trains harder? Zimmerduell. Was? Jetzt habe ich die erste Frage nicht gehört. Willkommen zum Zimmerduell. Who trains harder? Ach, Tussar ist einfach nur ein Gentleman. Erzähl mir doch nicht, dass Tussar selber sagt, Müsian Maoli da trainiert härter als Tussar. Das glaubt er doch selber nicht, Alter. Tussar ist halt ein Gentleman, wie er im Buche steht, ein französischer Gentleman. Und deswegen sagt er einfach Maoli da, aber das ist die größte Top-Story, die ich je gehört habe. Ja, okay, das ist keine Story. Da ist wirklich der Müsian. Muss man einfach sagen, mein lieber Tussar, du bist eine Kämpfersau, aber Müsian ist dann doch den ein oder anderen Schritt voraus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, sehr gut. Ich bin so nett. Who eats more at the buffet? Na, ich glaube, Tussar als alter Haudegen, Tussar als altes Raubein, der ist schon, der haut schon ordentlich was weg, auch am Buffet. Ich glaube, Maoli da ist so ein Ich, er ist ein bisschen, aber Tussar ist schon so ein Ich brauche Fleisch. Oh, Maoli da, okay, hätte ich nicht gedacht. Aber Maoli da ist vielleicht so ein typischer Fall von, man kennt, jeder hat so einen in seinem Freundeskreis. Ja, mega drahtig, mega beweglich, mega sportlich, aber ist wie ein Scheunendrescher. Ja, wahrscheinlich ist das Maoli da. Cam oben? Cam ist unangenehm, oder was? Na gut. Bitte schön. Bitte schön, meine Lieben. Who eats healthier? Was? Wer gesünder ist? Baffee. Es kommt Baffee. Timo, ich lebe. Yes, very good. And who eats healthier? Als ob Myxian gesünder ist als Tussar. Tussar isst doch nur Kaviar, Alter, der alte Multimillionär. Tussar isst Kaviar, Langusten, Hummer, das war es dann aber auch schon, ja? Who would survive longer and the way? Wer würde länger in der Wildnis überleben? Der Tussar, Alter, der rammt die alle um, Alter. Also kann mir doch keiner erzählen. Gut, Maolida kann gut davonrennen, wenn ein Panther hinter ihm her ist oder ein Jaguar. Kann er gut wegrennen. Ähnlich wie Luke Bakio, die alte Giraffe. Beziehungsweise, äh, was hat Pahl zu ihm gesagt? Känguru. Aber Tussar, Digga, der hat ein Messer so schon auf dem Spiel zwischen den Zähnen. Tussar würde in der Wildnis besser überleben. Da braucht mir keiner was erzählen. Timo, Tup. Ja, safe, guck. Another point for you. Très bien. Merci, merci. Who speaks more languages? Digga, die sprechen beide nur Französisch, deswegen lachen die auch so. Keiner von beiden, Alter. Maolida spricht nur Französisch, Tussar spricht Französisch und Hochfranzösisch wahrscheinlich. Ganz ehrlich. Wann kommt Zimmerduell, Lee gegen Dufner, Alter? Da warte ich auch, da warte ich seit Jahrzehnten, warte ich da drauf, Digga. Bö, bö, bö. Sehr gut. Ja, weil Tussar zwei Wörter auf Englisch kann. A beat. Und, äh, wir sie haben einfach gar nichts. Wie ist das, Bruder? Ein bisschen Deutsch. Französisch. Ähm. Englisch, ein bisschen, äh, Spanisch. Gut. Oh, Spanisch. Ey, der ist ein richtiger Teil von Korkut hier. Ich glaube, Typhoon Korkut hat ihm die ganzen Sprachen beigebracht. Ja. Who can look without his phone? Tussar, Digga. Tussar ist schon Playboy, der postet auch gerne Playboy-Fotos, aber ich glaube, Müsian Maolida ist schon ein mies-handysüchtiger Typ. Warum mache ich eigentlich alle negativen Sachen ordne ich einfach Müsian zu? Ich weiß auch nicht, warum. Untertitel, bitte. Who can do more push-ups? Wer kann mehr Liegestütze zu Tussar, Digga? Wobei, so dünne Menschen wie Maolida, wenn du so wenig wiegst, es gibt doch mal diese dünnen Menschen, die einfach so 300 Klimmzüge können, gefühlt, oder 300 Liegestütze. Ich sage, hier sage ich Müsian Maolida. Auch wenn ich Tussar als kräftiger empfinde, sage ich, Müsian macht mehr Liegestütze. Der ist aufgeregter. Ich glaube, Maolida ist so ein Typ, der ist eiskalt. Der spielt zwar nicht immer gut, aber der ist völlig abgeklärt. Der ist auch, selbst wenn er mega in der Kritik steht, so mega unaufgeregt. Und Tussar ist schon so einer, alleine wie der in die Duelle reingeht, mit wie viel Enthusiasmus, wie der Französe sagt, ich müsste ein, das kostet ein paar Kröte, wie ein Französe, glaube ich schon, dass Tussar aufgeregter ist. Aber ich habe mal so gehört, auch wenn man es nicht glaubt, dass jeder Bundesligaspieler, egal wie alt er ist, egal wie viel Erfahrung er hat, wenn er auf der Bank sitzt, ist er mega aufgeregt, dass er eingewechselt wird. Habe ich mal gehört. Ja, Tussar, siehste. Oh, oh, wer ist der Bessere, die Ems leider. Also ich sage mal so, Müsian sieht wirklich gut aus. Ja, wir haben keine hässlichen Leute bei Hertha, die da spielen, ist völlig klar. Strebski haben wir ja abgegeben, no front. Aber Tussar, Digga, selbst im Trikot, der sieht einfach aus wie so ein französischer Multimillionär aus Nizza. Der braucht gar nicht in die Ems leiden, ja. Der sitzt einfach nur da mit seiner Perek. Der sitzt einfach nur da, der braucht gar nicht flirten. Also von daher würde ich sagen, ich würde wirklich sagen, ist Geschmacksfrage, welche Frau steht mehr auf den Typen Müsian oder mehr auf den Typen Tussar. Tussar ist halt wirklich einfach ein Multimillionär, wie er im Buche steht. Und Müsian ist einfach so Playboy-mäßig unterwegs. Aber ich glaube, am Flirten ist dann doch eher der Müsian und Tussar ist so der zurückhaltende Typ. Guck, der Maulida ist ein alter D-Ems-Leider. Man weiß es doch, er ist ein alter D-Ems-Leider. Pass. Who's got the better style? Besserer Style? Also, absolute Geschmackssache, Alter. Ich finde den Style, ich habe von Maulida jetzt noch nicht so viel auf Instagram gesehen, aber ich feiere diesen Multimillionär-Style, den Tussar mal an den Tag legt. So kurze Hose, Slippers, aufgeknöpftes Hemd, Brusthaar und so. Er ist so einfach dieser Mega-Multimillionär von der Côte d'Azur. Aber bestimmt ist wieder Maulida so ein Mega-Dripper, so wie der Dipper, der Davai Josefolk. Ist Geschmackssache, aber ich stehe auf diesen, auch wenn ich den selber nicht so viel trage, weil ich zu fett bin, aber ich stehe auf diesen Multimillionär-Look. Also, ich würde sagen Tussar, aber es ist halt Mega-Geschmackssache und da heutzutage mehr so dieser Drip-Style im Trend ist, glaube ich, die sagen Maulida. Wobei Tussar wirklich schon einen sehr guten Style hat. Ich bin ein Manager, danke von der BITS. Erstmal make fit. Rehnnacken trainieren. Schönen Abend noch. Ja, ja, danke von der BITS, du geile Sau. Und viel Erfolg beim Training. Lukas ist gut. Lukas Kleidergeschmack ist auch gut. Ich mag seinen Style. Der ist auch geil, ja, aber das ist halt nicht so dieser, der ist halt nicht modern bei Kiddies oder so. Der sieht halt aus wie so ein 40-Jähriger, 40-Jähriger Multimillionär. Ich würde sagen, Tussar hat mehr Länder bereist. Weil, ich würde Maulida einfach so einschätzen, der ist so ein lässiger Typ, der ist faul, der will nicht so weit wegkommen. Einmal Ibiza, Mykonos und dann wieder zurück. Alter, ich habe gar keinen Bock. Frankreich, Côte d'Azur. Und Tussar ist auch so einer, der ist zwar Multimillionär, aber der macht auch so Rucksackurlaub in Thailand und so ein Scheiß. Also ich würde sagen, Tussar hat mehr Länder bereist. Ja. Wer kann länger planken? Was ist denn planken? Da müssen wir jetzt kurz auf die Sprünge helfen. Was meinen die mit planken? Meinen die flanken? Haben die sich verschrieben? Oder was ist planken? Wer kann länger planken? Was sagen die noch in Englisch? Who can plank longer? Was ist denn planken? Ich habe keine Ahnung, was planken ist. Zussar könnte da auch mit Zigarre sitzen. Ja, das meine ich ja. Diesen Multimillionär-Lifestyle. Bauchübung. Ey, sagt mir nichts, aber ich bin ja auch ein Fettsack. Da würde ich sagen, Maulida, der ist so ein dynamischer Typ, der kann auch mehr Liegestütze, der ist leichtfüßig unterwegs, auch wenn es da nicht um Leichtfüßigkeit geht, sondern um Bauch. Ich würde sagen, Maulida, kann mehr planken, was auch immer das sein soll. Ah, okay, okay. Wow. Ja, Digga, also sorry. Wer würde eher seine Haare blau färben? Das ist, wie der Franzose sagt, oversightly. Völlig offensichtlich. Ganz klar, Maulida. Wer muss Autogramme schreiben? Ich glaube gar nicht mal, dass sie so viele Autogramme in Berlin schreiben müssen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so Spieler sind. Ich glaube tatsächlich, so ein Spieler wie Davy Selke oder so muss mehr Autogramme schreiben, auch wenn ich es selber überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, dass Maulida von vielen Leuten erkannt wird. Nicht böse gemeint, aber dafür ist er zu random und hat auch noch nicht genug Spiele gemacht. Da ist Toussaint einfach noch einer, der sich über die Jahre mehr als Stammspieler etabliert hat. Kann natürlich sein, dass viele Maulida Style oder so feiern, keine Ahnung, den als Typen feiern. Aber eigentlich würde ich sagen, Toussaint kennen schon mehr Leute oder erkennen mehr Leute auf der Straße. Lukas ist famous. Wer wäre der bessere Trainer? Ach, Digga, save Toussaint. Digga, Maulida als Trainer. Völlig unmotiviert, Alter. Sagt nur einmal, eine Sache kann ich ganz gut, die kann ich vormachen, Liegestütze, das war's. Oder planken, was auch immer das sein soll. Toussaint wäre schon so ein typischer Trainer. Ich glaube, Toussaint wäre schon ein Trainer. Er sagt einfach Maulida. Er sagt, dann würde ich den Fußball verlassen wollen, wenn er Trainer sein müsste. Ich bin ein Trainer. Der Musiker ist natürlich nicht für mich. Wer hat die bessere Hairstyle? Wer hat die stylischere Frisur? Die haben beide jetzt nicht so die mega stylische Frisur, muss ich sagen. Also Toussaint hat halt diese Standard-Frisur so ähnlich wie ich. Das ist jetzt mega stylisch. Das ist einfach Standard-Frisur. Und Musian hat halt einfach einen Buzz-Cut. Hat jetzt aber auch nicht den Mega-Fate oder so. Also da gibt es, glaube ich, Leute, die mehr auf ihre Frisur achten. Da würde ich sogar sagen, Luke Bakio hat da die trendigere Frisur. Keine Ahnung, Digga. Stylischere Frisur. Vielleicht, weil es mehr modern ist, Buzz-Cut von Maulida. Aber da sowieso alle zum gleichen Frisur gehen, ist es ja eh scheißegal. Wie er mal für ihn übersetzt, Digga. Der kann ja gar kein Englisch, wa? Der kann einfach null Englisch. Okay, guys, that's it. That's it. Very nice. Thank you. Oh, wo sehr, dass Lukas bleibt. Ja, der bleibt schon. Luca Tussar bleibt schon. Die schönste Frisur hat Davy Selke. Ne, die schönste Frisur hat Türk Tufner, Alter. Ist ja wohl völlig klar wie Kloßbrühe. Soh, der geht es jetzt ja zum всем. DdenOSE